so entschuldigt die schlechte videoqualität also meine dusche da hinten ist das kann man auch mal erkennen so wie ich hier das ist ein zimmer aus meinem büro mit bad wer hat das schon also ich habe mir ein wohnbüro gemacht kann man sagen es gibt noch mal demnächst eine wohnungsführung hier ich habe noch drei andere rolle erstmal hallo und willkommen entschuldigung über diese schlechte videoqualität ich habe kein tripod ein stativ ist schwer zu bekommen ja kommt aber noch mal also deswegen sehe ich gerade ein bisschen dunkel aus aber ich denke mal der informationsgehalt ist ja hoffentlich so ein bisschen was jetzt wichtig ist in diesem video soll es mal darum gehen was wie sieht es mit einreisebedingungen und so weiter aus das ist wahrscheinlich ganz interessant weil viele haben ja auch angst auszuwandern weil sie sich sagen ich brauche visa und aufenthaltsanlaubnis das stimmt das braucht ihr das braucht ihr auch hier in westafrika westafrika ist ein bisschen aufgeteilt für die eu das nennt sich ecowas ist eine staatengemeinschaft in westafrika da gehören zahlreiche westafrika staat dazu englischsprachig wie französisch sprachig aber man muss sagen und da sieht man mal wieder auch einen meiner auswandergründe warum habe ich damals deutschland verlassen und warum bin ich der meinung dass das alles so müllig da drüben ist deutschland europa allgemein stellt sich relativ bekloppt an wenn es um einwanderer geht das ist fast so gut wie gar nicht möglich hier werden menschen mit offenen armen aufgenommen kann natürlich daran liegen dass die meistens geld mitbringen aber tun sie ja nicht immer es kommen ja nicht nur millionäre hierher oder kaum also wie auch immer wie kommt man hier rein so für senegal gambia linia bissau mali kann ich jetzt sagen denn das war die länder kenne ich man reisen ein man hat ein flug ticket und man kriegt sobald man ankommt das tempel 30 tage kannst du schon mal hier bleiben will man verlängern kann man verlängern drei monate verlängern kostet ungefähr ich glaube 20 euro 30 euro man kann aber auch gleich ein ganzes jahr verlängern das ist das maximum ein jahr aufenthaltsgenehmigung und die kosten so circa 80 euro 80 euro für ein jahr aufenthaltsgenehmigung inklusive der arbeitsgenehmigung das gilt für alle jetzt aus europa deutschland kommenden deutschen passen ich hatte den vorteil mein vater kommt von hier konnte ich nachweisen deswegen für mich ist unbeschränkte aufenthaltsgenehmigung und ich habe beide pässe ja jetzt würde natürlich so mancher schlauberger wieder daherkommen und sagt naja doppelte staatsbürgerschaft sind aber seit 2003 nicht mehr und deswegen ist doch nicht meinen wir oder ich mach's weil mich interessiert nicht was deutschland mir für gesetze sagt ich bin staatsbürger hier und ich bin staatsbürger in deutschland sache erledigt geht keinen sagt wird den deutschen staaten mist an was ich außerhalb seiner grenzen machen und das ist auch wieder ein grund auszuwandern für viele ist es auch so ich hab ein kuppel hier ich hab mal versucht der möchte natürlich nicht vor der kamera kommen ist der stefan ist aus deutschland ist jetzt sagen wir mal ist aber auch ist hier ist auch ein mischling aber ich weiß nicht ob sein vater kommt aus ghana oder irgendwie also nicht aus diesem land jetzt ist auch nicht schön der stefan der ist 27 bis ein schlauer mensch der ist hat irgendwie diplomen in hat er irgendwie was mit architektur gemacht also hatten wir hier ja mensch wie heißen das so der 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 konnte der hat irgendwie so ja ist architektur studiert ist ja auch nicht so wichtig von dem qualifizierter mann kann hier einiges machen gerade so im hausbau häusl und bäuer und bauer und so da ist er mittlerweile mut integriert er kam zwei jahre nach mir der ist gegangen weil in deutschland schwer verschuldet war also hat mir gesagt darf ich sagen ist kein problem ihn kratzt das nicht vor allen dingen hat er eben studien gehabt weil er vor allen dingen gezahlt das leidige thema gezet und so weiter und dem dem habe ich damals auch ein bisschen geholfen hier und er hat mittlerweile auch ein schussballverein hier gegründet und nebenbei eben eine firma für architektur die bauen eben häuser eine baufirma was weiß ich wie es heißt ich habe mit dem bau riesen also der baut häuser hier zu lokalen preisen er nimmt es auch nicht mehr als der lokale mensch aber es hat sich damit einen namen gemacht dass er eben bekannt ist dafür wow okay das ist richtig qualität was der uns baut ja der ist auch nie wieder deutschland gegangen die suchen noch heute nach dem aber ist unantastbar das ist eben der vorteil am westafrika für leute die jetzt sagen wir mal ein bisschen dreck am stecken haben bist unantastbar gut ich sag mal der massenmörder den wird die interpol hier genauso finden vor allen dingen arbeiten viele westafrikanische länder stark mit der interpol zusammen also kriminelle brauchen wir hier auch eigentlich in dem sinne nicht aber jemand der jetzt vom deutschen staat oder von deutschen firmen ausgebeutet wird sagen wir mal in die schuldenfalle gerissen ist also sagen wir mal der zahlt da zahlst du da immer wieder deine schulden ab und dann kommt wieder was neues betrifft mich auch auch ich habe mich in deutschland durch unglückliche zufälle mal verschuldet ja ich kann es nicht zurückzahlen ich werde nicht mein leben buckeln dafür und die schulden sind nicht zu menschen die jetzt kein geld haben oder arm sind das sind große firmen die einen versuchen auszupressen mit zitrone ich erzähle eine lange geschichte dass das ist eben so ist es eben gewesen und das ist eben mit unter der grund warum ich gesagt habe möchte nicht will ich nicht so und ja der hatte eben auch bei der gez einiges angehäuft und da hat er sich gesagt bevor er jetzt in knast geht weil das war jetzt kurz davor da hat er seine sache gepackt alles verkauft und abgang finde ich okay kann man machen so komme ich wieder zurück zum einleitenden hauptthema also wie gesagt aufenthaltsgenehmigung hier einfach zu bekommen für jeden da wird auch nichts groß nach geprüft wird nicht mal nach geprüft ob du jetzt überhaupt genug geld hast du kannst hier rein zahlst deinen oberlass und dann bist du hier und das der vorteil ist ja auch möchte im anderen video noch mal darüber eingehen aber ich sage es einfach mal so bist du eingereist bist du auch schon verschwunden weil es gibt keine adressen es gibt nichts hier ich habe noch nicht meine adresse mein gebäude hat keine adresse sowas gibt es hier nicht weil es keine straßennamen keine straßennamen keine briefkästen keine post es gibt nicht mal eine post hier falls ihr ein paket empfangen wollt das macht die dhl und wisst ihr wie wir das machen kann ich euch auch mal kurz verraten damit ihr euch ungefähr mal vorstellt warum das hier so schön ist auch so anonym da kommt ein name auf paket und so weiter aber das allerwichtigste ist deine telefonnummer hier vor ort deswegen ich habe immer das erste was ich gemacht habe wenn ich in ein anderes land komme sim karte von dem land kauf damit ich die ländliche nummer oder die die telefonnummer eines landes habe so deine nummer angeben die rufen dich an holen sie bitte ab wir haben ein paket für sie hier so ist mit deinem ausweis hin holt das paket ab falls jemand mal post empfangen will muss aber sagen ein päckchen hierher zu schicken das kostet vermögen du lebst halt in einer anderen welt übrigens guck mal hier kennt ihr das doppelkeks gibt es hier kostet die rolle doppelkeks im supermarkt im supermarkt meines vertrauens importware aus spanien übrigens kostet so europäische dinge kosten geld das muss man sagen kostet glaube ich diese prinzen rolle nenne ich es mal ein euro 1,80 euro aber ab und zu mal zum käppchen eine prinzen rolle ist nicht schlecht normalerweise braucht der mensch hier aber auch keine süßigkeiten essen das gewöhnt man sich relativ schnell ab aber essen ist ja auch mal das thema ja also sozusagen einmal oder keine angst vorm auswandern wegen irgendwelcher einreisebeschränkungen einreisebedingungen visa gibt es nicht für deutsche braucht kein mensch visa braucht ein deutscher braucht kein visum aufenthaltserlaubnis kauft man sich vor ort wie gesagt 80 euro hat ein ganzes jahr das müsst ihr dann irgendwie sieben jahre durchziehen dann kriegt ihr habt ihr auch ein anrecht den pass zu bekommen braucht ja nicht jedes jahr lünen so ist das ja das wollte ich mal das wollte ich mal dazu sagen zum thema einreise visa und so weiter vergesst den ganzen mühl ihr kommt ganz normal an kriegt eure 30 tage geht dann zum einwanderungsamt das ist ich sag ja ich kann immer nur für mein land sprechen für französisch sprachige länder weiß ich nicht aber sonst findet man das immigration department immer irgendwie und die leute sind hilfsbereit und da zahlst du dann dein kram und dann hast du da ja auch das übrigens für die leute die meine anderen videos auch sehen dr bodo schiffmann der schwindelarzt aus sinzheim der ja sich nach tansania abgesetzt hat um sich der strafe der strafe verfolgung in deutschland zu entziehen der arzt ist ein scheiße gemacht er hat nämlich nicht recherchiert ist nach tansania gegangen hat aber wohl nicht gemerkt dass man in tansania nicht ganz so einfach eine aufenthaltsgenehmigung bekommen und der ja er kommt jetzt in bitterwasser weil entweder sie geht danach zum alia oder irgendwo in nachbarland und und hat ein arsch in der hose und geht wirklich in eine richtige abendsland oder der kommt zurück nach deutschland wo wahrscheinlich die handschellen kriegen werden deswegen sagt informiert euch vorher ein bisschen das ja ein klick bei google einreise und aufenthaltsgenehmigung und bestimmung oder fragt mich für die meisten westafrikanischen länder kann ich euch da verbindliche auskünfte geben besser als die botschaften apropos botschaften deutsche botschaft in meinem land gibt es keine ich sag ja wir haben mit deutschland gar nichts am gut in deutschland hat ja auch keine rechte die nächste deutsche botschaft ist in dakar im senegal für mich aber die sind meistens so unterbelichtet und sorry dass ich das sagen muss die sind die haben nichts aufgeschirmt und die kriegen auch nichts hin und man braucht gar nicht auf deren hilfe hoffen also wenn die was machen ist sie sind da um deutsche steuergerder im ausland zu verbraten und tja muss man echt sagen sind warum es die überhaupt gibt frage ich nicht machen für deutsche im ausland tun die nichts so und damit schließe ich das thema ab und ich mache mir jetzt erst mal einen schönen abend hier mit ein käppchen und ein kekchen also bis dann nächstes mal entschuldige die videoqualität nächstes mal wird es da also bis dann nicht allein